Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Bricksudios. Heute zeige ich euch wirklich, wie man Lego gratis bzw. für richtig wenig Geld bekommen kann. Viel Spaß mit dem Video, wir sehen uns gleich. Es gibt insgesamt drei Arten, wie man Lego umsonst bekommen kann. Fangen wir jetzt mit der ersten an. Die erste Art Lego umsonst zu bekommen ist zum Beispiel, wenn man auf lego.com einen bestimmten Einkaufswert, mit einem bestimmten Einkaufswert einkauft, kriegt man ein GWP umsonst. Hier brenne ich euch ein paar Beispiele an und auch den Einkaufswert. Und noch was richtig cooles, falls ihr hier in Deutschland in der Nähe von Frankfurt wohnt, könnt ihr zu Frankfurt hinfahren und dort könnt ihr mehrere Polybags gratis bekommen. Wenn ihr zum Beispiel, also ich zeige euch mal hier, wenn man drei Fehler oder fünf Fehler findet, die zum anderen, das waren so zwei Sets nebeneinander. Und wenn man alle fünf Fehler findet, kriegt man sowas. Das ist jetzt hier richtig cool, so ein Stift, das sieht sogar richtig cool aus. Ein Buch und das ist entweder ein Absoluter Tomate, habe ich noch nicht entziffert, aber war richtig cool, habe ich umsonst bekommen. Wirklich kann man gut machen. Aber wie gesagt, auch GWPs, bei denen kann man wirklich gut Teile benutzen. Und ja, die zweite Methode ist jetzt hier nichts sowas, sondern die VIP-Punkte. Denn die VIP-Punkte, wenn du bei lego.com einkaufst, dann, ja genau, VIP-Punkte, das könnt ihr dann in entweder Store-Gutscheine oder in Online-Gutscheine einlösen. Aber passt auf, die Gutscheine dauern nur insgesamt 60 Tage. Dann müsst ihr sie einlösen, dann gehen sie weg. Deshalb habe ich meine VIP-Punkte noch nicht eingelöst. Dann, ja, zum Beispiel dieses Auto, tauschen. Also das kann ich euch auch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr bestimmt Legos zu Hause nicht mögt, die ihr irgendwie für was anderes benutzt, aber es gibt bestimmt einen in eurer Schule oder egal wo, der was hat. Zum Beispiel ich brauchte so einen kleinen McLaren für ein Video, damit das bald rauskommen wird. Und ja, also ich habe gesehen, mein Freund hatte das. Ich habe ihm eine meiner doppelten Marvel-Figuren gegeben. Und so ist das alles geklärt worden. Also das war wirklich perfekt. Und ja, dann zur dritten Methode. Die dritte Methode ist jetzt, ihr könnt einfach mich abonnieren und Gewinnspiele gewinnen. Ich habe mehrere Gewinnspiele, die sind noch am Laufen. Und wenn wir jetzt 200 Abonnenten erreichen, könnt ihr alle drei TIE Fighter gewinnen. Und ich will natürlich jemanden ein, wie die aussehen. Der habe ich noch nicht bestellt, aber erstens müssen wir die 200 Abos erreichen, Leute. Wenn wir das schaffen, kann man drei oder, ja genau, drei TIE Fighters umsonst bekommen. Also Leute, ich würde sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne Tipps für andere Videos in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.